ich schaue auch mal nach sand diese minecraft mucke ist so amortieren die so toll und das ist ein schwein das werde ich mal erst mal schlachten gehen mein neuen schwertchen jemand schwert attacke es sieht so epic aus das schwert ein steckchen was los ich habe eine höhe doch nicht ich habe einen durchgang gefunden dann ist nach der menge und ich habe ein kürbis gefunden hier ist viel sand und meine schaufel ist kaputt und ich habe noch eine du 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 minecraft mucke ftv hast du die auch gerade an bei dir na ja hat es halt diese mucke na ja schon wieder die schaufel kaputt naja egal ich baue ich so ab ich brauche echt eine getreide farm ja ja deswegen baue ich den baum wird er ja auch schnell dann können wir wieder unter unter tage gehen und die kürbis nehme ich auch noch mal schnell mit er damit wie wäre es nicht noch ein noch ein ofen roh denn das ist ein zombie wie kommt er denn her ah lol wieso verbrennt er nicht draußen ja jetzt verbrennt er mal das war ein jahr ofen machen ja klar kannst du machen und hier ist eine höhle übrigens ich habe schon eine höhle von uns gefunden wieder wenn wir die ausgebeult haben da unten das aussieht witzig aus du 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 ich habe noch 52 glas gerade in meinem inventar ah die mucke gibt mir jetzt gerade ein bisschen auf die nerven so soll ich das glas jetzt einfach so hinmachen um du magst ja auch wieder oder eins drüber er war so und wird so gelöst wird uns bei allen und fertig was dazu gemacht echt das war nur das kleine stück hier ich wollte mal unseren und ein speck dann noch mal kurz da rein und hier kommt die ganze vorstelle kiste wo alles mögliche andere auch reinkommt ok wo komm ich zum bräuch auf dem dach noch da gehe ich gleich mal kurz hin noch mal schnell da 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 wo komm 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 es wird noch viel wir werden uns auf jeden Fall wenn wir wenn wir weiter wenn wir weiterfährt fertig sind dann wenn wir uns das mal das Haus unten noch weiter ausbauen wenn wir uns dort mal einen richtigen keller machen mit richtigen tun so was machst du ich mache da fertig ach so was wolltest du denn machen ne schlafen gehen so früh schon ist doch noch nicht mal dunkel je früher man ins bett geht desto besser wacht man auf alter sprichwort von mir und deinen eltern so komm wir können jetzt schlafen gehen ich bin doch ich bin doch würde draußen rennen ich bin doch nicht ich bin doch nicht ich bin doch nicht ich bin doch nicht Prozent 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 so aber wollte er wieder unter die Hülle vom Haus weiterbauen Prozent die Zahl ich würde mal sagen wir bauen noch ein bisschen Haus auch jetzt einfach er hat die immer mit dem Kopf ist und aber ich konnte und üblich in der Höhle und wo du jemand warst da unten um die Kommission da und stopfen wir einfach die Höhle aus ich bin ja immer noch weiter ob ich ob ich welche Zombies und wo in der Nähe vorher kommen und wo ist hier bestimmt wie auch so ein Spawner oder so das wäre auch geil Spawner in der Oberfläche können wir xp-Maschine machen das finde ich cool ich glaube irgendwo da sind die hier hinten wo ich dann schon angefangen habe zu graben ich baue jetzt erstmal die Dingsfalle was machst du? da hinten habe ich schon aufgemacht ich baue jetzt erstmal hier die die ähm oh da da ist die Höhle da ist die Höhle was da ja hier ist die Höhle mit nem Creeper wow ganz toll der Boom gemacht hat ähm ich probiere erstmal zwei Eimer aus Eisen hier ist sogar Eisen irgendwo gut ich lasse den Gang jetzt erstmal offen ich werde jetzt heute erstmal mit der Aushebung alles mit Erde machen alles aus Erde erstmal so wie verbrennt gerade ist das auch wie der Höhleausgang oder was? mhm wo denn? hier hinter unserem Haus ach so ach das ist die Höhle ne merkt ne das ist nicht die da geht aber noch in eine andere Richtung ne wollte ich dir nur sagen ja bin ich schon durch oh cool oh da ist ein Creeper WTF den habe ich nicht gesehen Dreck sagt er das könnten wir eigentlich auch als Muck die Funktionsgebäude benutzen da hält mir auch schon was ein für was denn? bist du in unserem Haus? ja ich war gerade im Haus wow ich habe gerade Angst bekommen ich dachte schon auf dem Einbrecher klaut uns ja gerade wie holen Sachen alles ja ein Einbrecher in Minecraft das gibt es aber diese Villager klauen dann alles was man hat oder so Minecraft 1.6 Villager kann aggressiv werden sobald man sie angreift ich schlachte mal ein paar Schweinige weil wir haben nicht mehr viel zu essen ich habe echt nichts mehr zu essen ne wolltest du nicht in den anderen Teil der Höhle noch gehen? naja mach ich noch mach ich noch wir müssen ja mal die untere noch ausholen ne so jetzt wollte ich das hier alles ausheben und durch Sand ersetzen oh je oh je du 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 jetzt hat die Minecraft Moco wieder aufgehört zu spielen ich weiß ich höre es wie du kannst das gar nicht hören das ist kein Windows XP mehr weißt du doch Tja ja Windows XP aber aber finde ich das beste Windows bisher leider ja aber es ist auch die Qualität für Aufnahmeleute geht geht auch schon mal auf gar keinen Fall muss ich echt zugeben ich habe ja hier auch Stereo Mix auf Windows 7 ne echt? ja aber du brauchst das ja nicht weil bei Fraps den Windows 7 Sound man alleine aufnimmt was? und wenn du wir oh mein erster Steck Dreck ist weg sooo ähm ich brauche einfach gar keine Schaufel mehr immer wieder zwei Stück da draus das Haus sieht man schon von weitem ja ich glaube das bauen wir vielleicht ne jetzt wollen wir nicht mehr höher ne das brauchen wir nicht höher bauen ne höher passt passt schon so wir können auch in die Tiefe gehen glaube ich ja in die Länge oder in die Tiefe so 2 Schufeln und äh ich wollte noch machen 2 Eimer so ich bring mal 15 Raw Beef mit ne ja ja wir brauchen glaube ich noch einen Ofen oder so ne die Ecke in die Ecke da ähm ein bisschen Wasser holen Händnis mit einem Schwein auf dem Baum ich glaub das will uns ärgern was? da ist ein Schwein auf dem Baum da hinten da war jemand ein Schwein auf dem Baum das Schwein hol ich mir das Schwein hol ich mir das Schwein hol ich mir der war jetzt leider selten lustig man so neue Technik für ne unendliche Wasserquelle einfach mal kurz vor seinem Haus und nur sieht man gar nicht das ist geil ist ja cool wenn es ne unendliche Lava Quelle geben würde ja ich hab jetzt übrigens ne unendliche Wasserquelle so gemacht dass man das gar nicht richtig merkt das ist richtig geil so hier kommt so 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 wir können ja jetzt rüber laufen durch die 1.1 zum Vorteil die unendliche Wasserquelle ist da wo die Öfen sind wollte ich dir nur sagen ok schlau gemacht schlau gemacht ja ja licht so licht zack ich glaube ich muss gleich mal mein Essen abnehmen ähm wenn wir mal die Tür aufmachen dann würde ich erst mal sagen wir werden erst mal für eine geraume Zeit beziehungsweise bis zum morgen eine Aufnahmepause einrichten oder ja das ist nicht so schlimm so zack wenn das jetzt wirklich zu ihm ist nachdem ich jetzt gerade denke dass es Essen gibt Moment mal kurz in einem Kopfhörer mal absetzen damit ich es höre wenn ich gerufen werde dann läuft gerade übrigens die ganze Soße da runter ne wollte ich nur sagen so oh ich sehs Hochtourarbeit 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 sack brauchst du Essen? wir werden jetzt nochmal ganz schnell das werde ich noch machen bevor ich jetzt hier die Aufnahme beenden werde brauchst du Essen? nein erst mal oh guck mal da unten ist auch noch die ganze Soße offen guck mal was hast du denn hier gemacht du Fuscher? Dick du hast das zugemacht ja nur halt einen Block weit ach ja danke ich bin dann jetzt mittendrin in dieser fetten Strömung und komme nicht mehr raus es tut mir gar nicht leid schau mal wie dieses Arschloch also die Farm hier heute ist schon mal sehr groß also das ist ja nur ein Teil ne man kann ja zum Beispiel noch machen später dass wenn man hier lang geht dass man dann noch weiter runter kommt ja man kann einfach weiter runter oder so also wenn wir unsere 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 Touren machen zum Beispiel und so aber die kommen ja alle da unten hin mhm so es ist gut an 1.1 du kannst jetzt über das Feld rüber laufen ohne dass was passiert so nochmal so ach so ja nur nicht du darfst nur nicht springen dann darfst nur nicht springen dann ist der Sozid mit verloren endlich so und in dem Sinne würde ich sagen wir sehen uns nächste Mal wieder oder? yo bye bye ciao